Herzlich Willkommen zurück zu Sally, dem verrückten Spiel und wir sind immer noch der Nudeltopf, aber diesmal sind wir immer noch. Aber diesmal würde ich sagen, kaufen wir uns mal Hot Tabak, den Hot Dog für 200 Würfel, 200 Zuckerwürfel. Kaufen wir mal und jetzt spielen wir mal mit dem eine Runde und auf mit dem Hot Dog in Level 5 würde ich sagen. Level 5. Oh, was müssen wir denn da? Okay, da bin ich mal gespannt. Kommt hier irgendwas Neues auf uns zu? Okay, wir müssen auf jeden Fall die Himbeeren befreien. Okay, okay, über das Bügelbrett, beim Fernseher vorbei. Ja, das ist schon eine lange Route. Schaut ja so doof aus. Unser Hot Dog ist ja geil. Ist ja cool ey. Kann ich da auch irgendwie die Kamera... Was geht denn da auf? Die Kamera kann ich jetzt hier gar nicht drehen, oder? Habe ich jetzt hier nur die Frontansicht? Ja, tak, 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 die Würfel einsam an. Zucker kann man immer brauchen. Ja, tak, 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 tak. Aber ich freu mich doch schon so, wenn wir die Pizza spielen. Nein, ich hab doch gewusst, da kommt doch irgendwas raus. Ne. Ist das jetzt unser Gegner? Ach, du Scheiße. Ich glaub, dir geht's jetzt echt um Zeit, oder so. Ich muss mich jetzt echt ein bisschen beeilen. Weil ich glaub, wenn der zu nah kommt, dann macht der die Ziegelsteine kaputt, oder irgendwas. Dann hab ich keine Chance mehr. Hab über zu kommen, oder? Ich weiß auch nicht. Lass dir den Ziegel mit? Oder, oder irgendwann fast. Oder, kann der nicht gut gefallen? Ich steh so unser Zeitdruck. Hey, der verfolgt uns komplett. Okay, okay. Kein Problem, wir müssen ihn gut bewahren. Ja, war gut. Aber der kommt doch immer näher. Wir müssen ihn abhängen. Wir müssen ihn abhängen. Zack, zack, zack. Hotdog, du bist so gut, ey. Du machst das, Hotdog. Du machst das ganz toll, Mann. Hotdog. Wir sind auch schnell den Zucker hier eingesammelt. Ah, okay. Aber jetzt gibt's kein Zurück mehr für uns. Aber jetzt sag mal... Nein! Boah, war das knapp. War aber richtig knapp. Auf jeden Fall haben wir jetzt wieder Zeit. Da können wir sich wieder Zeit lassen. Der Stress hier ist ja... Der Stress hab ich schon um das Spielchen, ey. Das ist ja schon ein richtiger Stress hier. Aber wir machen das ganz gut. Wir sehen uns jetzt, Hotdog. Ja, wir sind schon da. Ramingo! Hotdog, Hotdog! Ja, wunderbar, ey. Dann schauen wir mal. Wenn's weitergeht, haben wir drei Sterne geholt. Wir haben... Ah, okay. Zu dem Level, da sind wir dann irgendwo anders. Mal schauen. Auf jeden Fall ist die Küche, lassen wir mal hinter uns. Außer Level 1, da haben wir erst zwei Sterne. Aber egal, das machen wir schon noch. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Und tschüssi! Tschüssi! Tschüssi!